Ja ja, moin moin und willkommen zu einer ersten richtigen Folge hier auf diesem Kanal mit Facecam, mit ordentlichem Ton und und und. Ich hoffe ihr hört mich, ich habe nämlich gerade eben eine Aufnahme schon gemacht gehabt, da war der In-Game-Sound viel zu laut, mein Mikrofon-Ton leider zu leise, ich hoffe ihr versteht mich. Und somit willkommen zu dieser Folge. Ich habe hier lange kein GTA gebracht und da PS4 bei mir momentan nicht funktioniert, zocke ich das Ganze hier auf den PC. Gerade eben eine Team-Race-Folge aufgenommen, ist natürlich völlig in die Hose gegangen, egal. Ich habe hier gerade eine nette SMS erhalten, wie ging denn das hier nochmal mit dem Handy? Das ist Chat, da habe ich gerade eben doch Handy in der Hand gehabt, das war verstecken. Ah, zurück, na ich will das Handy nochmal, hallo. Hallo? Na ja, Simon, wie ging denn das hier mit dem Handy nochmal? Ah, hier kann man das öffnen, okay. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Handy ging. Okay, da kann man was zeigen. Das ist das hier, das ist in einer öffentlichen Gruppe von sechs Leuten, gerade mal nur, das ist auf jeden Fall gut. Das ist bewegen, aha, glaube ich, ne? Aha, war einsteigen, oder? Ich habe gerade nämlich irgendeine mysteriöse SMS bekommen, die wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Aber ich bin gerade einfach nur zu lost, jetzt habe ich wieder Team-Chat hier. Wie ging denn das hier noch mit dem scheiß Handy, Mann? Stole. Könnte man irgendwas auswählen, dann bin ich wieder hier. Ach, einfach nur wieder lost. Ey, jedes Mal dieselbe Pisse. Können wir nach hinten gucken. Was ist das? Radio. Boah, kein Mensch, möchte ich ausschalten, habe ich sowieso nicht an. Wie ging denn das hier? Habe ich das nicht ausgewählt, oder was? Tastenbelegung. Handy, warte mal, hier. Was ist denn? Kuscheln. Warte mal. Hoppala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warte mal. Mal aussteigen hier. Eine Fehlfolge hier wieder auf jeden Fall. Das ist Hauen. Ah, da muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Nein, das wollen wir nicht. Ich möchte gerne das Handy. Das ist der scheiße Chat. Das ist die Karte. Hinten gucken. Das zeigen. Ah. Das ist die Karte. Hä? Wie ging denn das? Fähig.